was bin al polo nichts ich habe angefangen dann habe ich außer sind meine kette resettet und dann stand ich halt vom youtube habe ich sagt soll ich jetzt kette machen wieder von neuem oder soll ich mutus auf zu senden dann haben die leute gesagt youtube habe ich mich immer fertig das ist die story einfach die kette leider gesettet also selber nicht kaputt gemacht und einfach mal spieldeutsch gestartet da ich mir sowieso brauche und es ein projekt ist ein ort muss aber demnächst wirklich da unten der nebula kette machen dass da vielleicht ein bisschen mehr nebula kroppen und das ganze projekt mal bisschen fokussieren kann ja nicht sein ich habe jetzt zum dritten mal versuchen zu handeln zum dritten mal nicht bekommen alter und jetzt diesmal nicht so viel aber trotzdem was ist da los muss doch mal droppen let's go let's go let's go ich frage mich was wir als erstes starten sollen freunde ich glaube aber erstmal mario maker oder bisschen warm werden wissen die finger wissen die finger warm schmettern und dann wie gesagt mario maker und mario kart sind keine großen stream session bereiche die großen flaggschiffe sind jetzt pokémon scheint gewesen und online die zwei habe ich reingeballert dass die leute mal bisschen als community mal mit schlüsseln können und weder mir als map eine map geben die sie gestaltet haben oder bei mario kart am start sein halt vielleicht kriegen wir heute mal ein zwölfer team hin full force freunde so wäre doch stabil blenkt ich habe ich auch mario kart ja bam alle shiny mutuo ist da freunde was ist los was ist los freunde was ist los bam 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 shiny mutuo am 15 hartstream ist gekommen freunde layout wechseln instant freunde hier ist die eskalation hier ist die eskalation shine im youtube freunde 1000 ne die er konnte das ist falsch 1170 machen wir hier kurz rein so im ersten layout 1170 er counter für shiny mutuo bam wat für ein brecher freunde wat für ein brecher come on come on nice para so final schlag bam bam so da ist es freunde da ist es meister ball wie geht es bam du ich sehe das zum ersten mal ich sehe den effekt zum meister ball zum ersten mal zum ersten mal freunde weil ich noch nie mit meister ball seit fast ein release ein jahr release von let's go nie eingesetzt habe halt ne da ist meister ball mutuo am start und alles richtig gemacht freunde ich habe kurz nebulat pausiert um mutuo weiter zu machen bam hier ist mutuo 1170 er counter freunde was geht ab was geht ab ab 2 u 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 so freunde jetzt geht's ab durch die guckt euch das man hier so speicher